Das ist so ein ganz schöner Porzellanschäferhund, den ich mal irgendwo gefunden habe. Hallo, hallo, willkommen zum Diffus Freundebuch. Hi. Erzähl mir doch mal, wie würden dich deine Freundinnen in drei Worten beschreiben? Chaotisch, hektisch, süß. Was wolltest du werden, als du noch ein Kind warst? Schriftsteller tatsächlich. Wenn du auf einer einsamen Insel wärst und du nur eine Sache mitnehmen könntest, welche wäre es? Ein Buch, Bouchure Tristesse von Francois Sagan. Welches ist dein Lieblingsmöbelstück in deiner Wohnung? Das ist so ein ganz schöner Porzellanschäferhund, den ich mal irgendwo gefunden habe. Und da ich mir keinen eigenen Hund zulegen kann, ist das die Abhilfe. Schön. Was ist dein Lieblingsessen? Vietnamesisch, wie Ellie Price auch. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Unbedingt Japan-Tour. Ja, das ist mein großer Traum. Wer wäre dein Traumfeature? Ali Neumann. Und welchen Song sollte man unbedingt von dir kennen? Wahrscheinlich Apollonia, Sitzbe-Edeka in der Kasse. Okay, danke, salo. Dankeschön. Am reridentitys. Wir-Luzin Amp Gridstaggi in Skate чтоб cospare es sicher! Und wir unseren Menschen auf die Mde Plastik in Skate wir instrumenten. Das ist mein souvent, wie er mit Hilfe fürp توzeniberatetetet.